Dieser Schritt vom Jugendtrainer, vom U19-Trainer, vom FC Bayern, zehn Jahre lang insgesamt Jugendtrainer und jetzt zum Herrenbereich SV Sandhausen. Sie wissen, was Sie sich antun? Ja, natürlich. Es sind Dinge, die ich mir überlege, die ich mir in meinem Karriereplan auch zurechtlege. Mir ist einfach wichtig, dass man das geduldig aufbaut, dass man wirklich Schritt für Schritt seine Erfahrung sammelt und für mich ist es der logische nächste Schritt und ich freue mich auf die Aufgabe. Was nehmen Sie sich mit der Mannschaft hier in der dritten Liga vor? Sie haben 14 Spieler im Moment unter Vertrag, haben wir vorhin gehört. Wie realistisch ist das Ziel eines direkten Wiederaufstiegs? Ja, es hängt glaube ich an der Art und Weise, wie wir gerade Transfers tätigen, dass wir es ernst meinen, dass wir das Projekt angehen, dass wir die Mission angehen wollen und zu allererst sind wir jetzt gefragt, dass wir einfach noch Spiele dazubekommen, dass wir dann nächste Woche einfach auch anfangen zu arbeiten und nicht nur darüber reden, dass wir etwas erreichen wollen, sondern mir ist immer ganz wichtig, dass man auch etwas guter führt, weil bekanntlich ist ja vom Reden noch keiner aufgestiegen. Sie sind ein Junge hier aus der Region. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt, hier zum SVS zu wechseln? Ja, eine ganz große Rolle auch. Also meine Familie freut sich, meine Kinder freuen sich und wir müssen uns, glaube ich, vor allem bewusst sein, dass wir hier in einer unfassbar tollen Gegend wohnen und leben und deswegen, ich komme aus einer schönen Gegend jetzt, weil ich in München zwei Jahre gelebt habe, was ich jedem nur empfehlen kann, aber die Gegend hier ist sehr traumhaft und wir freuen uns wieder daheim zu sein. Was sind Sie für ein Trainertyp für die Spieler? Ich bin sehr kommunikativ, ich versuche meine Spieler mitzunehmen, ich versuche einfach durch mein Auftreten den Spielern das Gefühl zu geben, dass sie ein Teil von diesem Projekt sind, dass sie ein Teil von dieser Arbeit sind und natürlich hat man eine Idee als Trainer und dieser Offensivfußball, den ich die letzten Jahre einfach versucht habe mitzuprägen, ist ein Teil davon, aber im Spiel gibt es eigentlich immer zwei Phasen und das ist das Thema, was wir mit dem Ball machen und die andere Phase ist, wir wollen den Ball bekommen und mehr Phasen gibt es im Fußball nicht. Nochmal zurück zum Anfang, als der Kontakt zustande kam zum SV Sandhausen, was war Ihr erstes Gefühl, als Sie gehört haben, der SV Sandhausen will mich als Cheftrainer im Herrenbereich haben? Ja, es ist so, dass die letzten Jahre immer mal wieder eine lose Anfrage kam, wo ich einfach auch sage, was ich gerade schon gesagt habe, man muss selbst dafür bereit sein und muss selbst auch mit sich klar sein, dass das der nächste Schritt ist und die Erfahrung, die man sammelt. Und ich glaube, da kann jeder von Ihnen einfach die Bestätigung zurückgeben, dass Erfahrungen nicht nur im Trainerbereich, sondern auch bei Ihnen in Ihrem Job einfach eines der wichtigsten Dinge sind und ich habe mir rausgenommen, diese Erfahrung zu sammeln. Und wenn ich dann für mich diese Klarheit habe, dass ich bereit bin für so einen Schritt, dann führe ich Gespräche und dann mache ich mir wirklich auch Gedanken drüber. Und genau so war das der Fall. Es hat gepasst zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, jetzt stehe ich hier und freue mich einfach, die ganze Mission mit anzugehen. Sie haben gesagt, beim FC Bayern haben Sie viele tolle Menschen kennengelernt, auch Erfahrungen gesammelt. Wer vom FC Bayern, von der Führungsträger, auch von ehemaligen Trainern wie Julian Nagelsmann zum Beispiel, hat Ihnen denn schon gratuliert und wie? Ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt noch nicht alle Nachrichten angeschaut habe, aber man sieht natürlich, dass allein vom Bayern Campus viele Nachrichten reinkommen. Mein Trainerteam bei Bayern wusste das ein bisschen länger, die wirklich dann auch sich gefreut haben für den nächsten Schritt. Aber auch von der Säbener Straße, egal ob das jetzt das Trainerteam ist von Thomas Tuchel, wo ich mit Arno Michels immer einen sehr guten Austausch hatte. Ja, aber auch Jochen Sauer, der natürlich Bescheid wusste und deswegen, ich möchte mich auf dem Weg noch beim FC Bayern bedanken, dass es möglich war, einfach da aus dem Vertrag rauszukommen und das ist nicht selbstverständlich und deswegen Jochen Sauer und Christian Dresen, die wirklich da mitverantwortlich waren dafür. Und deswegen auch vielen Dank von dieser Seite nochmal. Wie sehr haben Sie sich persönlich weiterentwickelt beim FC Bayern im Vergleich zur Zeit in Hoffenheim? Ja, Erfahrung ist das größte Gut, was man sich eigentlich aneignen kann und ich habe zwei Jahre mehr Erfahrung jetzt. Und es geht um verschiedene Situationen als Trainer zu durchleben und da habe ich auch in den vergangenen zwei Jahren verschiedene Situationen erlebt. Es kam natürlich das Thema Youth League dazu, wo man einen Kader davor bauen muss kurzfristig und dann natürlich Ideen hat. Ob die dann immer so umsetzbar waren, das war immer so ein Thema, wo wir wirklich einen guten Austausch waren. Trotzdem, persönlich geht es einfach darum, sich um die Dinge zu kümmern und mit den Dingen zu befassen, die man beeinflussen kann. Und das ist, glaube ich, so eines meiner wichtigsten Themen, die ich die letzten sieben Jahre im Trainerbereich mitgenommen habe. Fokussiere dich auf das, was du beeinflussen kannst und alles andere schiebe an und versuche, drin zu sein, aber lass dich nicht zu sehr ablenken. Der Kader soll 24 bis 25 Mann beinhalten. Auf welche Spielertypen wird da der Fokus gelegt? Es geht vor allem um charakterstarke Spieler. Es geht um wirklich Spieler, die wissen, was wir vorhaben. Und da haben sie jetzt in den Transfers gesehen, dass wir auf erfahrene Spieler auch zurückgegriffen haben, um eine Achse zu bauen. Aber es geht natürlich auch darum, junge, erfahrene Spieler oder junge, dynamische Spieler zuzuholen, die auch schon Herrenerfahrung haben im Herrenbereich. Max Geschwil ist ein gutes Beispiel dafür, der eine tolle Entwicklung in Hoffenheim genommen ist und jetzt wirklich auch letztes Jahr Kapitän der U23 war und jetzt aber den nächsten Schritt gehen will. Und deswegen, wir achten sehr auf den Charakter der Mannschaft, wir achten sehr auf den Charakter des Spielers. Und ich freue mich wirklich, Sie können sich auch freuen, dass da die nächsten Tage, die nächsten ein, zwei Wochen mit Sicherheit noch vieles passieren wird. Super. Danke. Super. 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 Super.